Bei ProSieben wird wieder um die Wette gesprungen. Doch kurz nach dem Start von TV-Total-Turmspringen sind manche Zuschauer auf 180. Für viele TV-Zuschauer ist es eines der TV-Highlights des Jahres, das TV-Total-Turmspringen. Nach einer längeren Pause ist das beliebte Format wieder zurück bei ProSieben. Moderiert wird das Spektakel von Steven Getjen und Viviane Geppert. 22 prominente Kandidaten wagen am Samstagabend, 21. September, den Sprung ins kühle Nass und versuchen, die Jury zu überzeugen. Während viele sich über das TV-Total-Turmspringen freuen, haben andere schon kurz nach dem Start die Nase voll. TV-Total-Turmspringen Er ist der Ehrengast. Seit Jahren ist das Format Turmspringen ein absoluter Publikumsliebling. An diesem Samstagabend wollen es 22 Kandidaten wieder wissen, wer von ihnen ist der beste Springer des Abends. Ehrengast ist dabei Gastgeber Sebastian Puffpuff, der zum ersten Mal teilnimmt. Um Punkt 20.15 Uhr begrüßen die Moderatoren Steven Getjen und Viviane Geppert das Publikum in der Halle und vor den Bildschirmen. Die Kandidaten scheinen hochmotiviert zu sein. Nach dem Opening, wo Sebastian Puffpuff als Meerjungfrau daherkommt, gehen die ersten Zuschauer jedoch auf die Barrikaden. TV-Total-Turmspringen Zuschauer gehen auf die Barrikaden in den sozialen Netzwerken macht sich schon kurz nach Showstart bei einigen Zuschauern Frust breit. Manche Kommentare auf X, ehemals Twitter, sprechen jedenfalls für sich. Von den angekündigten Teilnehmern weiß ich bei 3, wer das ist, sorry, ohne mich. Muss die ganze Zeit, Werbesendung, eingeblendet bleiben? Was für ein Rotz, und Tschüss. Die Produktion wirkt im Vergleich zum Rap-Boxkampf letzten Samstag wie ein Event, der auf Wish bestellt wurde. Gruselig. Ich glaube, ich schalte sofort wieder ab. Wer sind diese Menschen? Zu 90% noch nie von denen gehört.